Ich begrüße euch zu einem neuen Video hier im Notruf 112 Teil 2, die Feuerwehrsimulation zusammen mit SimulatorTV. Moin. Wir fahren heute durch die Stadt und schauen sie uns mal genauer an, unser Fahrzeug steht unten in der Garage und zu dem werden wir jetzt mal hingehen. Das Ganze ist die Playtest-Version, die kostenlose Link ist, denke ich, eine Videobeschreibung. Ja. Ich hoffe, ich war ganz stark für dich. So, aber diesmal möchte ich dir den Vortritt überlassen zum Fahren, das heißt, du kannst es einmal auf der Linken Seite einsteigen. Dankeschön. Und ich lasse mich auch durch die Gegend kutschieren. Ich würde ganz gerne an den Krankenhaus fahren, dass du das Krankenhaus einmal ansehen kannst. Okay, wo ist das? Das kannst du jetzt auf dem Map suchen. Ah ja. Alter. Das ist überhaupt nicht. Ja. Da istsabt. Das ist alles fertig. Da. Das ist gut, was ich auch auf viele Seitenstehen. Oh, ich bin. Das ist gut. Da. Das ist gut. schalten wir das blaulicht an gar keine einsatzfahrt aber noch mal langsam hier rechts ist ja was ich glaube da ist es sogar das krankenhaus da musst du hier rechts anbelangt das ist dieser supermarkt kann man auch nicht mal gucken nachdem du gegen die laterne gefahren ist genau nach hinten geschaut soll er auch irgendwo eine polizeidienststelle geben würde auch ganz gerne polizei habe ich gefunden ich habe die polizeidienststelle hat gefunden das heißt da können wir auch gleich mal hinlaufen ganz fett angeschrieben oder hast du die sichtweite zu niedrig ja musst du grafik bisschen höher drin wenn das bei dir geht vom system ich weiß nicht was du für system hast naja das geht schon dann müsste jetzt hier aber auch irgendwo in der nähe das krankenhaus sein wenn hier die polizeiwache ist dann muss es hier irgendwo sein weil das wohl nicht ins mit ende gestellt haben wohnhäuser gezielt die hoffentlich alle brennen können ja später dann derzeit noch nicht möglichst viele einsätze das wenn wir noch haben so den kranken den link in die wir betreffend zu packen von dieser beta naja mach ich das ist richtig wichtig ja aber du bist da drauf von denen das ist auch wichtig ja so jetzt muss hier irgendwo doch bei diesem krankenhaus laufen wir hier komplett falsch das kann ja auch sein dann haben die zuschauer vor den empfangs geräten was zu lachen wir machen uns jetzt im deppen also jetzt von der spanien ich glaube jetzt immer schon wieder zu weit weg aus der innenstadt ja es bin auch jetzt hier drüben auch her kann es auch entspannt laufen wenn nun mit schrift und w ich mache heute sport das ist ein loch eine baustelle glaube ungesichert woher kommt ein gebäude ich glaube er kommt ein gebäude hin aber nicht das Krankenhaus. Einbahnstrahle. Da vorne? Ne, das ist wieder das so sehr vorkommen. Es muss irgendwie so ein großes Gebäude. Das muss man jetzt herausfinden, weil sonst, ich sehe mich ja schon mit dem RTW, dann ist es da ganz so nicht finden. Die Person hinten drin verreckt mir wahrscheinlich dann. Eine Karte gibt es nicht, oder? Es gibt eine Karte, aber die Nutzen sind hier nichts. Die uns nicht zeigt, wo wir sind. Es gibt nur eine Karte als Bild, wie es denn aussieht, weißt du? Ah ja. Wobei wir natürlich... Moment, geht das? Gebt wahrscheinlich nicht. Ne, geht nicht, bringt uns nichts. Da vorne ist ein großes Gebäude. Jo, das könnte hinkommen. Ja, das sollte es sein. Das sieht aus wie ein Krankenhaus. Vermut' ja auch mal, dass das ist. Ganz versteckt. Ja, das ist es. Genau. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Diese Aufnahme ist doch mal erreicht. Ohne, schnell testen, dann hast du es. Okay. Der Entwickler hat mir sogar noch einen Klink da gelassen. Ja, nein. Ich bin jetzt auf den Alkohol, dass du mir das große Lorten bist. Ne, ich glaube, ihr kennt man. Also, wir müssen halt immer gucken, was wir jetzt zeigen, was vielleicht noch nicht ganz bekannt ist. Ja, das ist definitiv da steht Notaufnahme dran, also wenn es das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, dann war es das mit dem Video. Schaut gerne bei SimulatorTV vorbei, lasst ein Like beim Video da, abonniert mich kostenlos und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Outro 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 Outro